Welcome back zu einem sehr, sehr spontanen Stream, aber es gab mehr oder weniger Breaking News aus der Premier League und da kam Jogi auf die überragende Idee, dann lass uns doch das Ganze einmal zumindest live mit euch besprechen, einmal abarbeiten, denn Maurizio Pochettino ist nicht mehr Trainer des FC Chelsea und Vincent Compagnie steht ganz oben auf der Liste beim FC Bayern München. Jogi, geile Idee, erstmal hallo, wie schaut es aus? Hallo, grüß dich, ja, gut schaut es aus, ich bin heute auch sehr gespannt oder habe es sehr gespannt verfolgt, wir hatten heute ja Podcast-Aufnahmetag, das heißt Season-Letzter-Spieltag-Review, nennen wir es mal so, das ist so geisteskrank, weil ich habe es da schon angeteast, also ich habe das vor ein paar Tagen schon gelesen, in einer Quelle meines Vertrauens, meldet sich hier meinen KI-Dingsbums, in meiner Quelle meines Vertrauens und ja, war da irgendwie, ich habe es kommen sehen, ich habe es extra noch erwähnt, Uli hat doch gemeint, ja, das ist alles gut, da sage ich, ja, sollte Pochettino nicht vielleicht hinwerfen, jetzt kam es schon dazu, dass genau das eben passiert ist, dass die beiden sich getrennt haben, schon krass, ja, so schlecht kann es gehen. Und jetzt hol uns doch mal ins Boot, weil du viel über Chelsea gesprochen hast, über die ganze Saison und wie kann das passieren, weil aus meiner Sicht, und ich habe jetzt nicht so viel Chelsea geschaut wie du, aber aus meiner Sicht waren die letzten Wochen eher ein Wink mit dem Zaunfall, dass es in die richtige Richtung geht bei Chelsea, zumindest, also inhaltlich habe ich ein paar gute Sachen gesehen, von den Ergebnissen her sowieso, ich glaube, nach dem Start hat niemand mehr annähernd irgendwie mit Platz 6, Es ist jetzt, glaube ich, am Ende geworden gerechnet und ich hätte schon jetzt gesagt, unterm Strich, das ist ein Verdienst von Pochettino. Ja, grundsätzlich schon, also vielleicht hören wir mal, also die hatten eine katastrophale, das wissen wir alle, katastrophale Saisonstart, nach einer katastrophalen Saison, muss man auch sagen, letzte Spielzeit, und haben es irgendwie geschafft, ja, dann noch lauter zu werden. Es gab nur Ärger, sie haben Geld ausgegeben ohne Ende, spannende Spieler verpflichtet und so weiter, aber es hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Sie haben ständig die Hucke voll bekommen, haben das mit ihrer Offensive nicht ausgleichen können, weil viele Fehler gemacht, man hatte über, ich habe es in ein paar Spielen schon mal gesagt, man hat über Phasen hinweg eines Spiels immer gesehen, Aha, okay, da könnte es hingehen, aber du hast dann auch wieder drei Phasen gehabt im Spiel, wo du gesehen hast, boah, das kann auch komplett daneben gehen, wenn die alle keinen Bock haben. Und wenn dann Fehlpässe passieren und wenn dann einer den Mann nicht sauber verfolgt oder wie auch immer, dass dann einfach der andere nicht mitmacht. Und das war eine Katastrophe, es waren Individualisten, talentierte Individualisten, teure talentierte Individualisten, aber es war keine Mannschaft und das hast du komplett gemerkt. Jetzt in den letzten Wochen, dann gerade im Kalenderjahr 2024, haben nur Arsenal, City und Liverpool mehr Punkte geholt als Chelsea. Also das ist schon krass und sie haben es dann geschafft, nochmal nach Europa zu kommen jetzt auf Rang 6, welcher Wettbewerb es dann wird, wissen wir jetzt noch nicht genau, aber sie haben es auf jeden Fall geschafft, den Europapokal zu fixieren am Ende nochmal und das hätte, glaube ich, keiner mehr gedacht nach diesem Start der Saison. Und dass es dann ausgerechnet jetzt zur Überwerfung kommt, es gab ja schon drei oder vier Bruchstellen in dieser Saison, wo es hätte passieren können, das wundert mich ehrlich gesagt schon ein wenig, das muss ich schon sagen, gerade um diese Zeit jetzt, dass es da passiert, das wundert mich ehrlich gesagt schon ein bisschen. Erstmal sorry Turns, danke für dein Prime-Abo an der Stelle, zwei Monate schon am Start, Kuss. Lass uns doch mal per se über das Thema Kader sprechen bei Chelsea, weil es ist ja auch ein viel diskutiertes Thema. Ich habe ganz häufig gelesen auf allen sozialen Netzwerken, Pochettino lebt die Saison ein bisschen von Cole Palmer und von seinen, wie viele Scorer sind es? Über 30 auf jeden Fall, glaube ich, in dieser Saison, also Top-Scorer der Premier League-Saison. Ich finde es jetzt ein bisschen schwierig, weil du hast immer oder ihr habt immer auch im Podcast gesagt, das ist ein Projekt, was eigentlich auf Jahre ausgelegt ist, aber im Hier und Jetzt funktionieren muss. Jetzt hatte ich für mich zumindest das Gefühl, Pochettino hat da vernünftig die Waage gefunden. Also da waren nochmal aus meiner Sicht ein paar taktisch auch gute Ideen mit dabei. Kukureya jetzt mittlerweile häufig im Zentrum wiedergefunden im Aufbau, viel bessere Abläufe gehabt. Leo schreibt es auch gerade rein, der Kader von Chelsea besteht aus mehreren Ideen. Ich glaube, auf der OMR hast du es sogar erklärt, Jogi, dass da auch mehrere Kaderplaner mit am Werk sind. Was würdest du sagen, was ist das größere Problem im Endeffekt, ganz plakativ gefragt, Maurizio Pochettino oder der noch nicht fertige Kader? Das Sport. Also wir wissen, wir haben ganz gute Quellen mittlerweile und wir wissen aus ganz guten Quellen, dass bei Chelsea es so ist, dass im Endeffekt rein auf Talent gekauft worden ist. Also sie haben Spieler verpflichtet, von denen sie dachten, die haben Talent, die haben Potenzial, die kann man kaufen, die kann man vielleicht formen, dann kann was daraus werden und oder wenn nichts draus wird, kann man sie verkaufen. Das wissen wir aus sehr, sehr guter Quelle. Das Problem ist, dass das natürlich keine Kaderplanung ist. Das machst du bei FIFA so, dass du, wenn das neue FIFA kommt raus und du kaufst dir erstmal alle Talente, die beim letzten FIFA noch nicht dabei waren oder die beim letzten FIFA gerade schon gewechselt sind oder noch nicht gewechselt sind, wie auch immer, dann kaufst du die und holst die. Das ist das große Problem. Zum Beispiel, es gibt ein Beispiel, das ist Moises Caicedo. Der war schon so gut wie beim FC Liverpool, wie wir alle wissen und hat dann plötzlich aber irgendwann mal den Anruf bekommen von Chelsea, weil die einfach gesagt haben, was, die kriegen den. Das ist doch einer der interessantesten Spieler der Welt. Den holen wir jetzt. Den zeigen wir es. Und haben das gemacht. Dasselbe war ungefähr bei Romeo Lavia. Das war genau ungefähr dasselbe. Ich glaube, die Liste ist sogar noch ein bisschen länger. Also Michalo Mudrik war, glaube ich, auch. Fällt da ein ähnliches Segment mit rein. Genau. Es geht immer nur darum, wir haben jetzt nicht so mega viel Ahnung. Das Board hat nicht so mega viel Ahnung. Die, die eingekauft worden sind, um Ahnung zu haben, dürfen am Ende des Tages eine Liste abgeben, aber entschieden wird woanders. Dementsprechend, du kannst da coole Sachen vorschlagen, du kannst coole Trainer vorschlagen. Am Ende muss es dem Board passen. Das Board hat aber keine Ahnung vom Fußball. Ich habe das damals schon mal, glaube ich, gesagt. Ich finde, das ist noch immer ein sehr guter Vergleich. Chelsea wird geführt nicht wie ein Sportverein, sondern wie ein Hedgefonds. Es werden so viele Aktien eingekauft, wie nur irgendwie möglich. Die versuchen irgendwie Ertrag zu erzielen. Du hast aber so ein komisches Portfolio, dass der eine funktioniert, der andere aber nicht. Und dadurch machst du am Ende trotzdem Minus. Du hast ein paar Star-Aktien dabei, wo du denkst, krass, Cole Palmer, brauchen wir gar nicht reden. Den hätte ich auch nicht da oben gesehen, dass der so durchdreht. Aber überragende Verpflichtungen, überragende Verpflichtungen. Aber du hast ein paar dann halt auch, die nicht funktioniert haben. Und jetzt hast du dann halt einfach das Problem, du hast einen Kader, der, ich habe das auch letztens wieder rausgeschrieben, es ist der jüngste Kader der Premier League. Und überleg mal, Thiago Silva hat 27 Spiele gestartet. Und sie haben trotzdem das jüngste Durchschnittsalter der Premier League. Die sind bei, jetzt habe ich das eh mal rausgeschrieben, 24 Jahre und ein paar zerquetschte. Ja, 24, 236 Tage im Schnitt. Thiago Silva, 27 Starts. Das heißt, die wären wahrscheinlich irgendwo bei Anfang 24, Ende 23 im Schnitt. Das ist natürlich eine junge Mannschaft. Und jetzt kannst du auf der einen Seite sagen, das ist eine junge Mannschaft. Das sind viele talentierte Spieler. Die Mannschaft ist neu zusammengewürfelt. Das kann doch nicht gleich funktionieren. Müsste jeder verstehen, kann wahrscheinlich auch jeder verstehen. Nur, die Mannschaft hat über eine Milliarde gekostet und der FC Chelsea ist der FC Chelsea. Kannst du nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie, also du hast vorhin schön von Aktien gesprochen, wie man diese Aktien finanziert, vor allen Dingen in Zeiten von Financial Fair Play, weil ich glaube, das ist ja auch ein relativ komplexes Thema. Ja, also du schreibst halt ab, also du nimmst die Transfersumme und schreibst die halt über, je länger der Vertrag ist, umso mehr kannst du es abschreiben, umso weniger kommt in deiner Bilanzsumme pro Saison vor. Das ist aber nicht mehr erlaubt, oder? Das ist jetzt nicht mehr erlaubt, das haben sie deswegen abgeschafft, weil Chelsea halt acht Jahresverträge unterschrieben hat, um es eben noch länger splitten zu können. Es gibt ja viele Vereine, die haben das schon gemacht, die haben es auf fünf Jahre aufgesplittet, auf vier Jahre, auf drei Jahre. Chelsea hat gesagt, wir holen 21-Jährige, machen es auf acht Jahre, dann ist der Spieler noch immer gut, plus du hast den großen Vorteil, dass, zumindest hat Chelsea so gedacht oder denkt Chelsea so, ist ja auch vielleicht gar nicht dumm, selbst wenn ein Spieler nicht funktioniert und wir den Spieler dann wieder abgeben müssen, ablösefrei verlässt uns keiner, weil wir nach drei Jahren entscheiden, der muss gehen und dann kriegen wir wenigstens noch 30 dafür. Das ist ja vielleicht gar nicht so blöd, weil irgendeiner kauft dir den immer ab, davon kannst du ausgehen. Also du wirst immer jemanden finden, bei den Spielern auf dem Niveau, wirst du immer jemanden finden, der dir die abnimmt. Macht komplett Sinn, ist vielleicht gar nicht so dämlich, ist natürlich, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das jetzt moralisch toll ist, auf acht Jahre zu splitten oder wie auch immer. Das ist dann eine Entscheidung, die muss jeder für sich sehen, wie er das sieht. Ich persönlich sage immer, wenn etwas rechtmäßig ist und du dafür nicht belangt werden kannst, dann spiel mit den Regeln. Das ist halt so, es ist nun mal so. Macht jeder auch in seiner Steuererklärung, dass er mal sagt, ja, natürlich gebe ich das auch an. Das ist gar nicht mein Punkt, das gibt mich nichts an. Das finde ich jetzt, ich persönlich würde es als Verein, wahrscheinlich, wenn ich da clever oder wenn ich sagen müsste, ich muss es maximal rausholen, würde ich wahrscheinlich auch auf ein paar Ideen versuchen zu kommen. Das glaube ich, würde jeder von uns, wenn er demnach bewertet wird, ob er entlassen wird oder nicht, das kann ich verstehen. Grundsätzlich mal, das ist jetzt nicht mein Problem. Das Problem ist aber, du hast natürlich so viel Geld ausgegeben, du hast den Namen, Thomas Tuchel hat mal gesagt, Chelsea is for the titles. Das Problem ist aber, du bist von Titel weit weg. Und das ist ja normal, dass die englischen Medien, wissen wir auch alle, wie bissig die sind, die dann natürlich sich das schon annehmen und sagen, Chelsea hat verloren, funktioniert auf der Titelseite ganz gut. Funktioniert immer ganz gut. Funktioniert ja mittlerweile, sehen wir in Deutschland ja auch. Also wie oft war Chaos bei Chelsea, Titelseite auf irgendwelchen Sportseiten. Jetzt haben sie, das habe ich heute im Podcast auch gesagt, ich finde das fast schon eine Frechheit, dass jetzt in diesen Zeiten, in denen sie sehr, sehr gut unterwegs waren, war gar nichts zu hören. Es war einfach jedem egal, weil Chelsea performt, interessiert einfach keinen. Weil nur Chaos verkauft sich bei Chelsea. Und bei United übrigens genau das gleiche. Dementsprechend, das haben wir schon immer auch angeprangert, dass Chelsea natürlich Mist gebaut hat, dass die nicht gut gearbeitet haben, ganz klar. Oder zumindest jetzt nicht sehr der guten Vision. Nur auf der anderen Seite, das ist deren Sache. Das ist auch deren Geld. Also wenn die eine Milliarde rausballern, ist es deren Geld. Sie müssen wissen, wo das herkommt. Sie müssen wissen, wie sie es wieder reinbekommen. Sie müssen wissen, ob sie Financial Fairplay bestehen können oder nicht. Das ist ja auch wieder ein Thema. Das da ja im Sommer jetzt auch, jetzt kommen wir dann langsam zum Punkt, dieses Ganze drumherum. Also es wird eine Mannschaft ihm hingestellt. Er hat eine Mannschaft gehabt, die frisch neu zusammengestellt war, die jung war. Er hat ein paar Dinge implementiert, die haben gleich funktioniert. Es haben ein paar Dinge mal funktioniert, es haben ein paar Dinge gar nicht funktioniert. Kannst du da Beispiele geben von Dingen, die gut funktioniert haben und die nicht so gut funktioniert haben? Also in so Expected Goals-Werten, also Chancen erspielen, waren sie immer unter den Top 6. Immer. Jetzt am Schluss sogar Top 4. Also sie haben sich in jedem Spiel Chancen erarbeitet. Jetzt wird der eine oder andere gleich aufschreien und sagen, Niklas Jackson. Und die haben 20 pro Spiel vergeben, weil auch mit die meisten Großchancen vergeben. Ich glaube in der Liga nur Liverpool mehr, wenn mich nicht alles täuscht. Aber du musst es dir erstmal erarbeiten. Das zeigt ja schon, dass die Mannschaft eine Idee hat. Oder dass zumindest, sagen wir mal so, dass die Mannschaft Talent hat oder wie auch immer ein paar Muster hat, die funktionieren. Weil geschenkt bekommst du es nicht. Wenn man sich ansieht, dass andere Mannschaften sich sehr, sehr viel schwerer tun manchmal, sich Großchancen zu arbeiten. Und sie haben sich gegen City-Chancen erspielt, sie haben sich gegen Arsenal-Chancen erspielt. Im Hinspiel, im Rückspiel nicht. Aber sie hatten wirklich eigentlich immer Phasen, in denen es gut gelaufen ist. Nur, sie haben halt die Konzentration, Mikateta sagt immer, die Konzentration in beiden Strafräumen. Sie haben beim Rausspielen sehr, sehr häufig Fehler gemacht, wo du gesagt hast, wo kommt denn jetzt das her? Es gab individuelle Fehler, dass der eine einfach nicht beim Mann ist, weil er sich denkt, ja, ja, der andere wird schon. Oder ist doch jetzt egal. Du hast das Gefühl gehabt, es ist ihnen egal. Und du hast vorne natürlich die Chancen vergeben. Das waren so die zwei Punkte, aber so das Grundgerüst, hätten sie sich an diesem Gerüst festgehalten, war gar nicht so übel. Das muss man schon sagen. Sie hatten immer wieder Phasen drin, da haben die echt Spaß gemacht. Nur, du hast dann halt immer wieder auch in dem gleichen Spiel, ich hatte es sehr, sehr häufig, dass ich gesagt habe, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Und du musstest fünf Minuten im gleichen Spiel sagen, was ist denn jetzt das? Also, wo kommt denn jetzt das her? Gibt es doch nicht. Und das ist das große Problem gewesen, dass sie halt einfach null Konstanz da reingebracht haben. Jetzt kam dann natürlich Pochettino und hat irgendwann mal gesagt, ich bin der Professor und das ist hier meine Klasse und ich kann dieser Klasse was beibringen und ich bin stolz da zu sein. Dann hat er wieder gesagt, wir werden um den Titel mitspielen, das war ja gleich seine erste Aussage, das ist ja eigentlich auch komplett Wahnsinn, das zu sagen. Nach dem, was waren sie, 13. oder 14. dass du da sagst, wir werden um den Titel mitspielen mit der komplett neuen Mannschaft. Dann wiederum sagt er, das ist alles nicht gut genug, ich bin total enttäuscht, wir brauchen mehr Spieler, das muss besser werden. Wir brauchen im Winter, ich habe es mal alles rausgeschrieben, was er da alles geschrieben hat, da wirst du gar nicht mehr fertig, was der alles gesagt hat. Wir sind nicht gut genug, wir brauchen mehr. Dann hieß es plötzlich wieder, dass er eigentlich ganz zufrieden ist mit der Mannschaft und der Entwicklung und ihr werdet es sehen. Dann kam irgendwann ja sogar mal der Satz, das ist ja eigentlich komplett Wahnsinn, wir werden in den nächsten Jahren Meister werden. Was halt krass ist, wenn alle gerade auf dich spucken, dass du sagst, wir werden irgendwann mal Meister werden. Kann ja sein, dass er vielleicht sogar recht hat, ich streite das ja nicht ab, aber es kommt einfach zum falschen Zeitpunkt. Du musst halt wissen, wann du etwas sagst. Das ist ja immer so. Selbst Michael Jordan hat gesagt, ich werde irgendwann mal der beste Basketballspieler der Welt werden. Er war damals aber nicht mal in seinem Highschool-Team, da haben ihn alle ausgelacht. Jetzt im Nachhinein weiß das keiner mehr. Aber solche Beispiele gibt es ja öfter, dass jemand sagt, ich habe das immer gesagt, keiner hat mir geglaubt, jetzt plötzlich so und so. Und das ist halt die große Frage. Er hat dann zum Beispiel gesagt, ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig werden würde, Chelsea zu trainieren. Was ja eigentlich auch Wahnsinn ist, weil er hat es ja schon anders gesagt. Im Winter hat er wieder gemeint, wenn wir... Er hat gesagt, ich wusste, es würde schwierig werden, aber jetzt brauchen wir neue Spieler, die hat er nicht bekommen. Dann hat er sich da wieder darüber aufgeregt, dass keine Spieler gekommen sind und so weiter und so fort. Also er war einmal so, er war einmal so. Er war einmal, wir werden Meister, er war einmal, es ist alles Mist, wir müssen besser werden. Dann war wieder, wir haben viele junge Spieler, das muss erst zusammenfinden. Dann kam wieder, wir brauchen neue Spieler, also was jetzt? Dann kam aber irgendwann mal wieder in der Phase, als es sich einigermaßen gefangen hat, wir werden irgendwann mal Meister werden. Also irgendwie abstruse Aussagen, die auch immer so leicht gegen das Board geschossen haben. Dann kam ja irgendwann mal ein von den Fans, ein offener Brief an das Board und an Maurizio Pochettino. So quasi, wir, ich habe es da auch mal draufgeschrieben, so quasi, wir sind momentan eine Lachnummer und wir verkommen zur Lachnummer. Und auch dann so Kleinigkeiten wie, das Stadionessen ist zu schlecht und so ein Quatsch, das ist eher unwichtig. Aber so quasi, es ist die schwächste Phase seit den 80er Jahren, sie haben keine Vision, sie sind hilflos, sie sind frustriert, toxische Stimmung um den Verein und sie verkommen zur Lachnummer. Und das muss man ja schon sagen, das mit der Lachnummer, ich will es nicht übertreiben, aber der Impuls war ja schon da, über die zu lachen, weil die zu viel Geld rausgeworfen haben. Das kann man schon verstehen, dass du dann natürlich angreifbar bist, das ist ganz normal. Und, sorry, wahrscheinlich dumme Frage, aber was meint Jogi mit der Sport? Gute Frage, denn das ist der nächste Punkt, auch da wieder. Es ging in erster Linie um Todd Bowley, der ja immer vorsteht dem Ganzen. Warum? Weil er der Lauteste ist von Clear Lake Capital. Er ist derjenige, der vorsteht, der am öftersten gezeigt wird. Wir wissen aber aus sehr, 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 sehr guter Quelle, dass er es eigentlich gar nicht ist, sondern dass Ekbali und Feliciano, dass die beiden eigentlich mehr zu sagen haben. Und dass die beiden sich eher zurückhalten, trotzdem aber das Sagen haben. Und das mittlerweile, und jetzt wird es dann wieder spannend, dass Bowley auch andere Vorstellungen hat, als die beiden wiederum. Also Bowley hat sich hingestellt und hat gesagt, mit Portettino soll es weitergehen, der macht das gut und wir werden rauskommen und wir werden das sehen und bla 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 bla. Und Ekbali bzw. Feliciano haben gesagt, das geht so nicht weiter, der hat die ganze Zeit gegen uns geschossen, der fordert jetzt neue Spieler, der fordert eine Entwicklung, der fordert dies, das. Und jetzt schaut mal, so toll, wie er jetzt tut, war es auch nicht, weil wir sind knapp Sechster geworden, die ganze Saison war eigentlich gar nicht so toll. Und das ist jetzt irgendwo so diese Gemengelage, in der wir sind, dass wir zwischendrin stecken zwischen Besitzern, die sich nicht ganz einig sind. Dann kommen ja die Fans auch noch dazu, die wie gesagt ihre Meinung haben von diesem Verein, die sagen, die einen haben gesagt, das ist ein Tottenham-Typ, der hat da gar nichts verloren. Das ist eine unterschätzte Rivalität, einfach mal googeln, das ist eine sehr, sehr unterschätzte Rivalität zwischen Tottenham und Chelsea. Da geht es um politische Einstellungen, die sind komplett konträr. Dementsprechend ist da schon mal Beef gewesen, dass die überhaupt jemanden von Tottenham verpflichtet haben. Dann haben viele gesagt, der kriegt die Defensive nicht unter Kontrolle, die Offensive funktioniert ja, aber wir kassieren ständig Gegentore. Also es gab da so ein Lager, so quasi Pochettino kriegt es ja sowieso nicht hin. Und auf der anderen Seite gab es dann das Lager, die gesagt haben, naja, aber er ist Sechster geworden. Was wollen wir eigentlich und wen wollen wir denn jetzt wiederholen? Und wir brauchen ja sowas wie Stabilität. Und ich glaube, das ist das Stichwort. Stabilität muss halt jetzt langsam mal rein. Jetzt hattest du wieder einen Trainer. Benni, da kann ich dich ja jetzt fragen. Du hast ja auch ein paar Sachen gesehen und wir haben auch ein paar Mal taktisch drüber gesprochen. Ob das, ich habe halt auch Tom schon wieder zitiert, du musst ja dann immer am Ende deiner Saison sehen, extrahiert auf die nächste Saison. Ist da genug für dich drin, dass du sagen kannst, die Entwicklung geht in die richtige Richtung? Ich persönlich habe jetzt die letzten Monate, finde ich, ja, es geht in die richtige Richtung. Aber so ganz bahnbrechend oder sowas war es jetzt auch nicht irgendwie. Das kann ich schon verstehen, dass natürlich der eine oder andere dann sagt, ja, aber es gab auch Phasen, da war es nicht so gut. Ja, erstmal, das kommt nicht zu kurz, Hobbypoller1887, danke für dein Prime-Abo. Und hier war noch wer zweites mit dabei. Der Name ist ein absoluter Zungenbrecher. Mr. Kazimpadu, danke für dein Prime-Abo im zweiten Monat. Ja, was kann man taktisch zu Chelsea sagen? Ich glaube, du hast ein paar wichtige Punkte angesprochen. Es geht dann ja per se nicht nur darum, ein System zu basteln, was eben hier und jetzt funktioniert, sondern ein System zu basteln, wodrin du Spieler entwickeln kannst. Und ich finde tatsächlich, dass es bei Chelsea irgendwie so war, dass, also ja, du kannst es natürlich verargumentieren, Cole Palmer spielt eine Freak-Saison, aber das ist halt die Frage, macht, also spielt er so eine gute Saison, weil da sowieso so viel Qualität in diesem Spieler steckt, oder spielt er so eine gute Saison, weil Maurizio Pochettino ihn entwickelt hat, so. Und wenn ich, du kannst sofort, ich will noch einen, den Punkt ganz kurz zu Ende machen. Ich glaube, das gilt dann einfach für ganz, ganz viele Spieler. Also, egal, was er umgestellt hat, inhaltlich, wir können jetzt so viel sprechen über, der hat von 4-1 auf 3-2 von mir aus umgebaut und so ein bisschen den Rhythmus angepasst, aber haben sich Spieler da drin entwickelt? Michailo Mudrik fällt mir da ein, der, also, der macht es okay und der macht es jetzt auch besser, aber ich weiß halt immer nicht, ob diese Entwicklung wegen des Trainers gekommen ist oder einfach, weil das die Spieler sowieso in sich haben und du nur das Beste eigentlich in dem Moment für das System rausgeholt hast. Und mir ist dieser Punkt, Spieler entwickeln immer ein bisschen zu kurz gekommen. Und du hast vorhin angesprochen, immer wieder Fehler aus der ersten Aufbaulinie heraus. Das ist auch so das, was ich mit Chelsea assoziiere in dieser Saison. Also, wenn Druck drauf ist im Aufbau, dass sie schon dazu neigen, extreme Fehler zu machen. Vor allen Dingen die ganz jungen, also die Sassi und Badia Schiel sind da für mich so sinnbildlich dafür, dass da immer wieder ein Fehler mit eingestreut ist und ganz, ganz viele Notbälle auch auf die Außenverteidiger. Aber man muss natürlich sagen, und das ist, glaube ich, das Bittere an dem ganzen Thema noch, dass eigentlich ihr kreativster Spieler, und das ist bitter eigentlich in dem Kader, Rhys James, so lange ausgefallen ist, weil der ja eigentlich im Aufbau so mit das wichtigste und lenkenste Element war, was sie da hatten in ihrem Kader, dass der so lange ausfällt. Ja, das gehört alles mit zum Teil der Wahrheit mit dazu. Aber ich, und lange Rede, kurzer Sinn, ich assoziiere Maurizio Pochettino nicht mit Entwickler, sondern das ist jemand, der es dann situativ immer mal wieder schafft, Teams auf einen Leistungspiek zu bringen. Das hat er, und wir haben ja, Arjan, schöne Grüße, du bist ja hier im Chat, und Tottenham-Fan. Bestätige mich gerne darin, dass er das bei Tottenham, oder korrigiere mich auch, dass er das bei Tottenham auch so hat machen lassen. Also das Potenzial, was sowieso in diesem Verein war, immer situativ so abgerufen, dass sie dann einfach auf einen Leistungspiek gekommen sind, aber halt wenig Einzelspielerentwicklung. Und das ist so mein größter Kritikpunkt bei Pochettino und geht irgendwie ein bisschen konträr zu dem, was du, Jogi, gerade beschrieben hast, was diese Mannschaft eigentlich braucht, weil das ist ja eigentlich das Krasse dabei, sie haben eine Milliarde ausgegeben, und das ist auch alles schön und gut, aber da sind halt wirklich gute Jungs mit dabei. Also ich finde, du darfst, also auch wenn dieser Kader mit mehreren Ideen oder aus mehreren Ideen zusammengestellt ist, da geht schon mehr, und da geht, glaube ich, auch in dieser Saison mehr als Platz sechs, ehrlicherweise. Das ist mein Punkt. Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, weil du ja mit Parma angefangen hast. Das ist ja ganz interessant auch, ich fange jetzt mal von hinten an, weil du gerade gesagt hast, da waren ein paar, der hat natürlich enorm viele Verletzte, also der hat oft zweistellige Verletzte. Wenn man sich jetzt den Kader vom letzten Spieltag anschaut, da denkt man sich, das ist doch gar nicht so schlimm. Aber da sind jetzt auch wieder viele zurückgekommen. Also es haben schon ein paar Fuffanase-Ewigkeiten raus, also Chukumeka, Nkunku, Rhys James, Chilwell ist eigentlich immer verletzt, also auf denen, dann hast du Malo Gusteau, der ja auch Rechtsverteidiger ist, also du hast die ganzen Rechtsverteidiger eigentlich die ganze Zeit weggehabt, dann in der Innenverteidigung hat ständig was gefehlt, also du hast nur Verletzte gehabt, die ganze Zeit. Und deswegen, das ist schon mal Punkt eins. Und vor allem im Kunku wissen wir auch da, sehr guter Quelle, dass sie den ganz anders eingeschätzt haben, im Sinne von, die haben den fast eigentlich als Stammmittelstürmer gesehen. Also jemanden, der kreieren kann, der sich fallen lassen kann, der verteilen kann, der sich der clevere Bälle auf die Außen durchsteckt und so. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein gewesen. Jackson war eher eigentlich gedacht als Ersatz oder als jemand, der um ihn herum arbeitet. Das heißt, die Idee war nicht, mit Niklas Jackson 38 Spieltage bestreiten zu müssen. Sagen wir es mal so. Das ist immer das eine. Dann hast du zum Beispiel eine Sache, die untergeht, die finde ich sehr untergeht. Und ich habe das in Spielen jetzt ein paar Mal versucht, rauszuarbeiten. Du hast mit Enzo Fernandes jemanden gehabt, der seit Ewigkeiten eigentlich nicht mehr Fußball spielen sollte, weil er eine Leistenverletzung hatte, die einfach sehr, sehr schmerzhaft war, der aber durchziehen musste. Und das hast du dem angesehen, weil der ständig eigentlich aus der Ordnung rausgebrochen ist, war plötzlich irgendwo vorne zu finden und war dann, ich weiß nicht, ob zu faul oder es hat einfach zu sehr weh getan oder er hat einfach nicht so viele Meter laufen können, dass er nach hinten gefehlt hat. Und dann sind natürlich immer drei auf Caicedo zugelaufen und diese Mannschaft hat so ausgegangen. Auch nächster Punkt, was du gesagt hast, gerade eine Schwäche. Uli hat mir das mal sehr gut aufgeschlüsselt. In Kontersituationen ist diese Mannschaft komplett raus. Also wenn die ausgekontert werden, sind die komplett raus. Da sind sie wahrscheinlich in Umschaltbewegungen mit das schlechteste Team der Liga, weil die sich so schnell rausnehmen lassen und dann so den Kopf verlieren und die Ordnung verlieren, dass alles vorbei ist. Und das ist natürlich auch etwas, wenn Enzo Fernandes dann vorne auch noch rumhampelt und irgendwas macht, was er nicht machen soll und irgendwo auftaucht, wo er nicht auftauchen soll, sieht Caicedo, der ein, sage ich immer, Abarbeiter ist. Das ist jetzt nicht das Mittelfeld-Brain, sondern er ist derjenige, der abarbeitet für andere, der Wege macht, der kämpft, der arbeitet, der läuft. Maschinenraum, aber er ist sicherlich jetzt nicht das Hirn dieser Mannschaft. Das sollte Ernst Fernandes sein, aber das Hirn war weg, weil der ständig vorne irgendwo rumgetollt ist. So, jetzt aber hattest du dann wiederum, Enzo war weg und du hattest Gallagher daneben. Und plötzlich hat es funktioniert, weil zwei einfach alle abgelaufen sind. Aber die Story mit Gallagher ist ja auch schon eine komische. Ja, 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 da kommen auch keine Leute drauf hängen. Nur der Punkt zu Parma jetzt nochmal, weil das ist dann der nächste Punkt, zu dem wir kommen können. Zu Parma nochmal. Wir haben mal einen Journalisten aus England vor Ort gefragt, oder beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er uns gefragt hat und wir haben dann geantwortet, ich weiß nicht mehr genau, aber so die Frage kam auf im Sinne von, wen hat er denn besser gemacht bei Chelsea? Und das ist eine gute Frage, weil das ist das, was du ja gerade gesagt hast, das ist eine sehr gute Frage. Wen hat er besser gemacht? Dann kam, ich glaube, Uli hat dann schnell gesagt, Cole Parma. Und dann hat er gesagt, jetzt ist die große Frage, hat er Cole Parma besser gemacht? Oder war der einfach schon so gut und er hat ihn einfach nur laufen lassen? Und ich glaube, letzteres. Ich glaube nämlich auch. Ich glaube auch. Er hat ihm einfach gesagt, Junge, du machst, was du willst, weil du bist der Schlüssel zum Erfolg. Und das ist ja auch schon in Ordnung, dass du das erkennst. Das ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen kann, da kann er jetzt gar nichts dafür, dass Cole Parma so überragend ist, sondern das zu erkennen, das ist der Mann, das reicht ja auch schon manchmal. Gebt ihm den Ball, er hat auch öfter gesagt, er schießt die Freischlüsse. Er hat auch damals gesagt, als diese Diskussion war mit Madoecki und Jackson, als sie den Elfmeter doch haben wollten, hat er gesagt, nein, der Elfmeter gehört immer Cole Parma. Also das zu erkennen, dass Cole Parma the man ist, ist ja auch schon mal eine Leistung. Jetzt kann man sagen, naja gut, er ist Trainer, irgendwas sollte er ja sehen. Aber trotzdem ist es ja schon mal okay. Nur diese Mannschaft, muss man schon sagen, ist insgesamt natürlich schon sehr, sehr jung zusammengestellt, passt nicht zusammen, so wie sie zusammengestellt werden muss. Und es gab halt vorne wie hinten einfach zu viele Fehler in dieser Mannschaft, die Pochettino auch nicht hat abstellen können, das muss man auch sagen. Das gehört dazu. Ja, verletzte viele, ja, neue viele, ja, junge viele, ja, teuer, ja, Druck, ja, nur auf Potenzial gekauft, alles in Ordnung. Aber Benni, wie du es gesagt hast, jetzt am Ende ist Rang 6 okay. Und wenn ich dir am Anfang gesagt hätte von der Saison, die wären 6, da hätte ich auch gesagt, ja, die Mannschaften drüber sind jetzt auch nicht übel. Das heißt, die haben wahrscheinlich überperformt, dann würde ich 6 nehmen. Kann ich verstehen. Nur wir alle wissen, Tottenham wäre knackbar gewesen wahrscheinlich, hätte Chelsea eher angefangen so Fußball zu spielen, das muss man auch sagen, bin ich mir ziemlich sicher. Und ab dann ist es schon wieder eine ganz andere Rechnung, weil dann bist du schon an den Champions League Rang ran. So ist es auch in Ordnung, aber wir dürfen es auch nicht so tun, als hätte, nur weil jetzt Platz 6 dabei rauskommt, als hätte es die ganze Hinrunde nicht gegeben. Weil da gab es ja auch Spiele, die waren eine Katastrophe. Trotzdem muss man sagen, nochmal, ich habe das letztens gesagt, wenn wir die kritisieren, dann müssen wir am Schluss auch sagen, sie sind 6. geworden, sie haben sich gefangen, zur rechten Zeit, gut ab, muss man dann auch sagen, so fair muss man auch sein. Nur ist es trotzdem für mich so, dass ich jetzt nicht derjenige bin, der jetzt sagen würde, Pochettino entwickelt die so weiter, dass die nächstes Jahr um den Titel mitspielen. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesagt. Ja, also ich glaube, ich bin auch bei der Bewertung mit dabei, dass sie von einem Titel in der Premier League, also auch in Zeit, ich fand die Frage vorhin sehr, sehr gut, welches Ziel gibst du denn als Chelsea überhaupt aus in Zeiten von Arsenal, Liverpool und Man City? Und das ist ja jetzt nicht nur eine Eintagsfliege mit diesen drei Teams, die immer einfach um die Meisterschaft mitspielen, mit City, die gefühlt einfach so ein unbezwingbarer Riese sind, dann auf Strecke in der Liga. Wo sieht sich Chelsea da, auch intern? Ich finde, das ist immer sehr, sehr wichtig und das als ersten Punkt und als zweiten, den ich auch immer ganz, ganz komisch finde, weil ich habe den Namen Gallagher jetzt schon sehr, sehr häufig gelesen. Das ist schon schwierig, weil ich kann mich noch an unser Gespräch erinnern, Jogi, als wir uns in München getroffen haben, da hieß es, ja, Gallagher wäre eigentlich ein Spieler gewesen, den man im Sommer eigentlich ganz gerne losgeworden wäre, weil eben noch mal ein bisschen Geld zumindest in die Kassen spült. Im Winter? Im Winter, im Winter, sorry, im Winter noch mal losgeworden wäre, Pochettino ihn aber, also teilweise als Kapitän aufgestellt. Also ich weiß nicht, ob du das da machst, also aufgrund von Leistung, sorry, ich finde, Conor Gallagher bei allem, was der gut kann, der ist so dermaßen limitiert und das ist, also das ist so ein, das ist ein Arbeiter und der frisst Kilometer auf dem Platz und der ist vielleicht auch gar nicht so unwichtig, wenn es um hohes Pressing, Gegenpressing geht, aber alles andere habe ich wirklich Bauchschmerzen bei Conor Gallagher. Ja, es kommt bei Chelsea halt immer ein Faktor dazu, ich habe das mal gelesen, zum Beispiel Mason Mount, als er noch da war, da stand in einer Saisonvorschau, Mason Mount wird garantiert irgendwann einmal Kapitän dieser Mannschaft werden und ich habe mir gedacht, warum eigentlich? Und dann habe ich verstanden, weil ein Chelsea-Kapitän ist nie einfach nur ein Kapitän, sondern er hat immer auch ein wenig diese Chelsea-DNA und diese Academy zu transportieren. Und ich glaube deswegen, das ist so diese, damals hieß es Mount is the next John Terry und da habe ich verstanden, wie Chelsea tickt. Die wollen immer als Kapitän schon jemanden haben, der diese Chelsea-DNA so ein bisschen trägt und deswegen war Mount irgendwie designiert, da gab es ganz andere Typen, die Kapitän werden, hätten sein müssen in dieser Mannschaft, wo Mason Mount noch dabei war, der kann man auch darüber streiten, ob der hätte gehen sollen, im Nachhinein hatten sie recht, aber ja, ist egal, das Ding war einfach nur, sie haben so viel Geld ausgegeben, dass sie irgendwann mal gemerkt haben, Financial Fair Play wird schwierig zu erreichen, weil wir haben so viel Geld ausgegeben, wir müssen auch mal was abgeben. Und dann ist das Ding, wen gibst du ab? Das musst du dann erstmal schauen. Wen gibst du ab? Und dann schaust du dir halt an, wer hat eine schlechte Vertragsstruktur, das ist Gallagher, weil der jetzt dann demnächst irgendwann mal ausläuft, kann der dann Ablöse freigehen, was machen wir und so weiter und so fort, bzw. der lief irgendwann mal aus, glaube ich, bin mir ganz sicher, muss ich mal schauen. Du hast so ein paar Themen gehabt und der bringt natürlich Geld und, also sagen wir mal so, bis zu 25, du kannst den ja schon ersetzen. Das ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, das ist jetzt ein Fußball, den wirst du nie wieder finden. Du hast ja cleverere Fußballer drin, aber er ist halt Chelsea DNA. Und das ist halt genau der Punkt, dass du da nicht mehr so viele hast und dass du ihn erst zum Kapitän machst und dann willst du ihn verkaufen. Sie wollen nicht, sondern sie müssen. Sie müssen jetzt langsam wieder Ideen finden, Geld einzunehmen auch. Und das schaffst du natürlich nicht, wenn du 13 Verletzte hast und die Leihspieler nicht performen bei ihren anderen Vereinen. Oder du so geil auf die bist, dass du die gleich wieder haben willst. Das kann ja auch sein. Und deswegen so Armando Boya, den haben sie verliehen, dachten alle, wow, das ist ja der Wahnsinn. Und was ist passiert? Nix. Also der hat überhaupt nicht performt. Der hat überhaupt nicht gespielt bei Fulham, zum Beispiel. Und dann kannst du natürlich mit denen auch kein Geld machen. Das ist ja ganz normal. Der dachten ja alle nach der letzten Rückrunde, Boya wird Wahnsinn. Der wird irgendwo mal, entweder er wird spielen oder er wird verkauft werden. Hat auch nicht funktioniert. Und das ist halt so das große Problem. Ja, Rhys James ist ja der Punkt. Der ist ja eigentlich Kapitän dieser Mannschaft, aber er ist ja immer verletzt. Und das ist halt auch wieder das Problem. Ich habe es mal rausgerechnet, der, glaube ich, verpasst dir in der Saison im Schnitt 13, 14 Spiele oder so. Mindestens. Ja, und dann hast du nochmal 13, 14 Spiele, wo der dann sich wieder ranarbeitet. Und dann hat er sich rangearbeitet, zwei, drei Spiele, und dann verletzt er sich wieder. Du musst ja immer sagen, die Spiele, die er im Kader ist, ist ja nett, aber es ist ja auch immer pro wieder im Kader sein, dann mindestens zwei Spiele, wo du das nochmal brauchst, um wieder bei 100 Prozent zu sein. Das reicht ja gar nicht. Und deswegen, der fällt dir halt, im Schnitt ist der halt die Hälfte der Saison meist weg. Oder nicht bei 100 Prozent. Und das ist das Problem. Selbe hast du bei Chilwell. Das ist immer dasselbe. Fofana, seit Ewigkeiten weg. Dann Chukwemeka verletzt sich am ersten Spieltag oder dritten Spieltag oder so. Es ist Ewigkeiten weg. Ein Kunku. Hat bis Dezember, bis Weihnachten gefehlt. Dann kommt er am 24. zurück, macht ein super Spiel und zwei Wochen später verletzt er sich wieder. Und so geht es ja dann die ganze Zeit dahin, mit allen möglichen. Und du hast einfach immer ein Problem mit dieser Mannschaft. Und wenn du natürlich aber baust auf solche Typen wie James, das soll der Anker sein, der soll erfahren sein, der soll kreativ sein, der soll über die Flügel was aufschlüsseln und dann passiert nichts. Dann hast du natürlich ein Problem. Und das geht die ganze Zeit so dahin, das kannst du vor allen Positionen durchspielen. Das Pochettino hat auch wirklich immer wieder neue Mannschaften zusammenstellen müssen. Das Mittelfeld kurioserweise war verhältnismäßig stabil. Also Gallagher, Enzo, Caicedo haben lange durchgehalten, auch wenn Enzo halt verletzt war eigentlich. Aber so geht es dann die ganze Zeit dahin. Aber ich will dich nicht unterbrechen, aber da waren teilweise, da waren aber auch wilde, da kannst du dich noch an die Spiele erinnern, wo er Enzo auf der, ich glaube Enzo auf der Zehn hat spielen lassen und Gallagher von hinten den Ball, also in einem Spiel. Und ich glaube, das muss man immer ein bisschen in den Kontext setzen, in einem Spiel, wo du davon ausgeben musstest, ist, dass Chelsea 70% Ballbesitz hat. Und da waren so ein paar Dinger mit dabei. Ich wollte noch ganz kurz zum Kader sagen, weil ich die Frage auch schon gestellt bekommen habe. Ich glaube halt, oder weil ich die Frage gerade auch im Chat gelesen habe. Ich glaube, worauf Chelsea baut, sind solche Verkäufe wie Romelu Lukaku, der ja auch sehr, sehr viel Gehalt frisst, der ja auch nur, also das ist ja auch ein Thema, ich glaube, du hast auch damit gerechnet, dass Inter Mailand den kauft. Nach der, ich glaube, bei Inter war er davor, bevor er bei Rom war. Aber dann wollte er nicht mehr da bleiben. Das ist ja bei der AS Rom. Ich weiß nicht, wie auch die Kaufoption ist. Du hast immer noch Hakim Sierich auf der Payroll, der ja auch noch ausgeliehen ist an Galatasaray. Dann hast du, und das wird, glaube ich, wichtig, dass du ihn losbekommst, Ian Marzen. Dann bist du aber auch in der Bredouille. Den kannst du nicht für 1,50 Euro abgeben, sondern den musst du im Best Case führen. Nächster Punkt, nur eine kleine Klammer. Das wird wieder ein Spieler sein, den sie eigentlich ganz gern halten wollen würden, weil der hat ja performt. Also das heißt, du hast ja, der ist ja Champions-League-Finale. Gibst du jemanden ab, der Champions-League-Finale gespielt hat? Das ist ja dann immer verlockend zu sagen, dem geben wir eine Chance. Du hast einen Neuzugang, du hast frisches Blut, du hast gezeigt, dass du es erkannt hast, dass er es jetzt drauf hat, weil ja alle sagen werden, wieso ist der gut genug für das Champions-League-Finale, aber nicht gut genug für uns. Also das kommt ja noch dazu. Also es gibt ja immer auch so ein paar Druckmechanismen von außen, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass der nächste Trainer sagt, den schaue ich mir jetzt erstmal ein halbes Jahr an. Dass er ihn dann verkauft und dann der Gewinn weg ist, aber dass er ihn erstmal sehen will. Ich glaube, im Sommer hättest du noch die Chance gehabt, Levi Cowell zu verkaufen für viel Geld. Den wolltest du aber nicht abgeben, der auch witzigerweise Vertrag bis 29 hat. Also was ist das? Also die haben so krasse Verträge da ausgehandelt. Der gut der, also mit Recht hast du den nicht abgegeben, mittlerweile auch ein Marktwert von 50 Millionen. Also die sind bei Chelsea, muss ich aber auch sagen, die Marktwerte sind ein bisschen verrückt. Also Conor Gallagher hat einen Marktwert angeblich von 48 Millionen. Also das Team, was für Conor Gallagher irgendwas zwischen 60 und 80 Millionen hinlegt, da sah ich einfach nur mein Beileid, weil das sind wirklich Millionen, die du verbrannt hast. Das ist ein Spieler, da würde ich maximal 15 ausgeben. Also West Ham mit David Moyes hätte es 13 Mal getan. Ja, das ist... Wunderbar. Weil das ist genau sein Typ. Engländer, der einfach nur läuft wie ein Gestörter. Ja. Und Beist und Maschine und so. Aber lass uns doch mal, wir haben jetzt viel über Pochettino und über die Saison gesprochen, jetzt müssen wir natürlich auch nochmal mit dem Chat darüber sprechen, mit eurer Hilfe, ich habe schon ein paar Namen gelesen. Wer könnte der Nachfolger werden von Maurizio Pochettino? Wir können den Namen mal reinwerfen, genau. Wir werfen mal ein paar Namen rein und wir schauen, ob das realistisch ist. Aber grundsätzlich nochmal zusammengefasst, also Saison war nicht gut, Pochettino hat komische Aussagen getroffen, das ist negativ aufgestoßen. Er hat Forderungen gestellt, das ist negativ aufgestoßen. Chelsea hat Geld investiert, er wollte, dass noch mehr Geld investiert wird. Dann gab es innen drinnen auch noch einen, gab es intern auch noch Grabenkämpfe, die einen fanden ihn gut, die anderen nicht. Pochettino selbst hat gesagt, das haben wir glaube ich noch ganz vergessen zu sagen, wenn er nicht mehr, oder darauf einzugehen mehr, wenn er nicht mehr Mitspracherecht bekommt bei den Transfers, weil ja eben, das haben wir ja gerade erklärt, die einfach gesagt haben, wir holen jetzt Caicedo, wir holen jetzt den, wir holen jetzt den, dass er gesagt hat, mir reicht es, ich hätte ganz gern mehr Mitspracherecht und ich glaube, dass sie ihm das auch nicht eingestanden hätten. Weil sie glauben, sie haben Ahnung von Fußball. Das kommt noch dazu. Das waren die Hauptpunkte, warum es am Ende nicht geklappt hat. Plus, und so clever muss man auch mal, sein, ja, das ist jetzt, dann können wir jetzt den Cut darunter machen, aber, Benni, wo war Maurizio Pochettino im Dezember? Da haben alle gesagt, diese, diese Aktie ist verbrannt. Ja, voll. Der wird nie ein großes, so, jetzt steht der da, hat die auf Rang 6 geführt und kann, dieses Schiff, das ja eigentlich wackelt, ohne Ende, und das wissen wir alle, und sie haben Glück, dass es gerade still steht, kann er verlassen und alle werden sagen, der hatte recht, dass er gegangen ist. Ja, also ich glaube, dazu muss ich sagen, für ihn ist es überragend gelaufen. Seine Aktien sind jetzt gestiegen. Für ihn ist es überragend gelaufen, ja, Seine Aktien sind jetzt gestiegen, ich glaube aber trotzdem, dass der das bei keinem, also meine persönlichen Aktien bei Maurizio Pochettino sind einfach nicht mehr so hoch, dass er auf dem Level der richtige Trainer ist, auch wenn das jetzt ein paar Wochen ganz gut lief. Lass uns mal über einen Paarnamen sprechen, ich glaube der, der am meisten jetzt diskutiert wird oder auch genannt wird, ist natürlich Comeback Thomas Tuchel und es wäre halt typisch Chelsea und ich, soll ich dir was sagen, mein Bauchgefühl sagt mir, dass Thomas Tuchel Bock drauf hätte, weil da noch eine offene Rechnung ist beim FC Chelsea und man hört ja auch immer wieder, dass auf der einen Seite ja, Barcelona wäre schon geil, wenn er das nochmal, also generell Spanien, wenn er dann nochmal Trainer werden würde, aber ich glaube, dass der noch offene Rechnung hat auf der Insel, in der Premier League und deswegen kommt für ihn jetzt meines Erachtens zwei Teams in Frage und ich bin mir sicher, dass es passiert, entweder er geht zu Manchester United, je nachdem, was mit Erik Den Haag passiert oder er macht ein zweites Mal Chelsea und das, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wenn alle fit sind, mit einem Kader, der sich schon sehen lassen kann und deswegen sage ich auch, um da den zweiten Namen schon mal so ein bisschen zu diskutieren mit dir oder den in den Ring zu werfen, ich habe jetzt ein paar Mal Roberto De Cerbi gelesen, auch als Obvious Fit und ich glaube, dass viele da erstmal Gänsehaut bekommen, weil das mit Graham Potter nicht funktioniert hat, ich muss aber ganz ehrlich dazu sagen, anderes Team, andere Voraussetzungen, das Einzige, wo ich es bei Roberto De Cerbi extrem schwierig sehen würde, anders nochmal als bei Thomas Tuche, der mittlerweile, glaube ich, bereit ist, Abstriche zu machen, ist, wie kommt Roberto De Cerbi mit dem Owner klar, das war jetzt auch einer der Gründe, warum er bei Brighton aufgehört hat, dass er gesagt hat, unsere Idee, die von dem Owner von Brighton und seine Idee, die gehen einfach konträr, das funktioniert nicht und ich kann mir nicht vorstellen, dass er, und er hat schon ganz klar gesagt, er will sich nicht verändern in seiner Spielweise, nicht für einen Verein und ja, das kann auch gut passen mit dem Kader, aber was machst du denn, wenn das mit Roberto De Cerbi erst nach anderthalb Jahren funktioniert und diese Zeit hat ja Chelsea nicht und das hat für mich mehr Potenzial zu knallen als Thomas Tuchel, den du ja dann holst mit einem Kader, also dem ich schon zutraue, da die richtigen Schlüssel draus zu ziehen, ich erwarte mir von Tuchel auch irgendwie mal den nächsten Step in Richtung Entwicklung, aber ich traue ihm das zu, dass der bei Chelsea jetzt hergeht und sagt, ich bastille dir da draus eine sehr, sehr konkurrenzfähige Mannschaft. Ja, also ich kann mir das, also grundsätzlich kann ich es mir nicht vorstellen, weil einer hat es gerade schon geschrieben, ich weiß nicht, wer es war, der will den alten Besitzer nicht zurück, die haben sich ja gestritten ohne Ende und Tuchel ist dann ja wirklich nach sieben Spieltagen oder sowas gegangen worden, nachdem er Champions League Sieger geworden ist, das ist ja komplett wahnsinnig eigentlich, und grundsätzlich ist es eine Katastrophe und ich glaube das nicht, aber, da hast du richtig gesagt, er mag halt Chelsea, er mag diese Fans, er hat sich da immer wohl gefühlt und da glaube ich, würde ich dir leicht widersprechen, ich glaube, dass der schon, wenn er kommen würde, dasselbe machen würde, wie er bei Bayern gemacht hat, er würde sagen, ich hätte gern das, 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 das und das und wenn er das nicht macht, dann komme ich. Aber, aber, Jogi, da muss ich ganz kurz noch was zu sagen, ich glaube, dass der, und nicht falsch verstehen, lieber Chad und liebe Zuhörer, mit dem Kader von Chelsea kannst du mehr anfangen, als mit dem aktuellen Kader von Bayern, das ist halt mein Punkt, ich glaube, du müsstest als Thomas Tuchel gar nicht hergehen und sagen, ich brauche hier, also ich brauche den Kader, eine Grundveränderung des Kaders auf 6, 7 Positionen, sondern das Gerüst ist ja deutlich besser als das bei Bayern. Boah, also du hast mehr Potenzial drin, sagen wir es mal so, also in der Breite mehr Potenzial. Ich sage auch, das Gerüst ist besser. Ja, weiß ich nicht, ja. An Profilen und wie der Kader, also wenn, kannst du besser einschätzen als ich, darüber habe ich mir noch nie nachgedacht, da habe ich nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, da würde ich mir jetzt, selber einen Strick draus drehen, glaube ich. Ich sage nur, weil ich es gerade gelesen habe, er ist bei den Besitzern angeeckt, das muss man schon auch sagen, das haben wir auch schon mal erklärt, Thomas Tuchel ist überall angeeckt und er ist auch bei Chelsea angeeckt. Das gehört zu diesem Charakter dazu. Ich persönlich mag das. Also ich persönlich, er sagt das immer wieder, dieses Problem habe ich in meinem Berufsfeld manchmal auch, ich persönlich sage immer den schönen Satz, du kannst nie klug genug sein und jemand, der hingeht und sagt, ich hätte ganz gern mehr, ja, wir haben 90 Prozent erreicht, ich hätte gern nächstes Jahr Minimum 92 Prozent, der ist für mich nicht suspekt, sondern ich denke mir, wow, und das ist Thomas Tuchel. Er kann mir jetzt darüber sagen, wie er es macht, ist falsch, dass er oft zu viel fordert, ist falsch, wie auch immer. Ich komme mit dieser Attitüde mehr klar, als mit dieser Attitüde von Bayern zu sagen, wir waren ja Meister, was wollt ihr eigentlich? Verstehe. Ich bin Thomas Tuchel näher in diesem Gedanken, wenn man das wirklich so zusammenfassen kann, bin ich ihm da näher zu sagen, hey, wir haben was erreicht, das stimmt, aber um das nochmal zu erreichen, brauchen wir mehr und nicht weniger oder nicht gleich bleiben, sondern wir müssen noch besser werden, weil die anderen werden uns jagen. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist, mit diesem Board zusammen zu rasseln, ist super einfach, weil das eben Leute sind, die vom Fußball keine Ahnung haben. Jetzt überlegt mal, wer denen gegenüber sitzt, nämlich Thomas Tuchel, der sagt, was wollt ihr eigentlich? Wir sind Champions-League-Sieger geworden und der dann auch noch, das muss man auch ganz klar sagen, der dann auch noch wirklich, es ja gerade bewiesen hat und der auch noch unter einem Besitzer gearbeitet hat, der wusste, wie man einen Verein führt. Du kannst über die politische Person und über die Privatperson und über den Investor Abramovic und wieder zu seinem Geld gekommen ist, sagen, was du willst. Das ist ein ganz anderes Thema. Da gibt es ganze Abhandlungen darüber, da gibt es Bücher darüber. Das will ich jetzt hier nicht ausbreiten. Dass der höchstwahrscheinlich sehr dubios zu seinem Geld gekommen ist, würde ich fast als gegeben annehmen. Aber ein guter Besitzer war er, weil er für den FC Chelsea immer nur das Beste im Sinn hatte. Das war manchmal auch Hedgefonds, das war manchmal auch schnell, aber der wollte immer die höchsten Standards haben. Und jetzt überleg mal, aus diesem Chelsea kommt Thomas Tuchel, der die Werte verstanden hat. Abramovic hat die Werte ja vorgelebt. Chelsea ist leicht konservativ, ist nur das Beste. Du musst performen, sonst bist du raus. Du kriegst aber auch, wenn du ein gutes Argument hast, kriegst du was dafür. Es sickert nichts nach außen. Es ist alles immer professionell, es ist alles konservativ, es ist alles, ja, eher so, wie im Kommunismus ja ist, du kriegst nach außen nichts mit. Das Thema ist vorbei. Und so, wir sind Chelsea, keiner kriegt was von außen mit. Das war Abramovic, Chelsea und auch mit Tradition und mit Stolz und wir schaffen das und mit Ehre und mit bla 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 und es war ja schon, du wusstest, wofür Chelsea steht. Es hat ja schon eine DNA, die kann einem jetzt gefallen oder nicht, aber du hast eine DNA. Und dann kommen einfach zwei Wahnsinnige oder drei in dem Fall, die dann sagen, ich hätte gern die Aktie, die Aktie, die Aktie, der Aktie, der muss gehen, der muss gehen, da broken wir rum, da machen wir das, da machen wir das, da machen wir das und das nach einem Champions League Sieg. Das machen wir, das machen wir, das machen wir, und dass er dann hingeht und sagt, Leute, Chelsea hat so funktioniert und jetzt kommt ihr plötzlich so, ich erkläre euch jetzt mal, wie Chelsea funktioniert, kann ich verstehen, dass er das probiert, ich kann aber auch verstehen, dass die sagen, Alter, das ist unser Chelsea, nicht deins. Das gehört nicht, das ist nicht. Ja, ja, aber wenn wir jetzt, da haben Welten aufeinander gepasst, da sind ja nur Welten aufeinander gepasst und es kann schon sein, dass die jetzt vielleicht auch verstanden haben, oh, vielleicht haben wir uns mit dem, vielleicht ein bisschen oder von dem ein bisschen zu früh getrennt, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, also ich, so wie ich Thomas Tuchel einschätze, egal wo der jetzt hingeht, der wird nicht sagen, ja, wo soll ich unterschreiben, schön, sondern der wird immer sagen, ich brauche das, das, das und das, sonst mache ich es nicht, weil der kann sich es rausnehmen, würde ich auch mal an seiner Stelle, ehrlich gesagt. Aber wenn wir jetzt nach dem Argument gehen und sagen, ja, die Owner wollen Chelsea neu definieren und wir haben ja jetzt auch klar festgehalten, ja, die haben wenig Ahnung von Fußball und ich glaube, das ist mittlerweile auch verbrieft, dass das so ist, dann, also, dann kommst du ja gar nicht auf einen Trainer, also, da wird ja nichts bei rumkommen, wo du sagst, das ist dann irgendwie annehmbar für das Board, also, was die an einem Profil haben wollen, also noch weniger übrigens Roberto de Cerbi, als... Ja, den werden sie geil finden, den werden sie geil finden, weil der halt Hype hat, das werden die geil finden. Ja, aber das, das kracht, das aber... Das ist deren Zirkuspferd, ja, ich sage nicht, dass das funktioniert, aber das wird deren Zirkuspferd sein, die werden sagen, das ist doch cool, schauen wir, wie wir kommen können, bla bla bla, die werden jetzt nicht, die werden jetzt nicht mit, äh, einem, äh, die werden jetzt nicht mit Simonin Zagy kommen, auch das wieder das Beispiel, weil der hätte, der hätte wahrscheinlich was Chelsea braucht, das wäre wahrscheinlich unter Abramowitsch verwalten, so und so weiter, auch wenn man ihm da Unrecht tut, aber das wäre irgendwann mal wahrscheinlich gekommen, der hat Erfolg im Ausland gehabt, mal schauen, ob es hier funktioniert, oder auch so ein Amorim, dieses Portugiesische war ja auch immer so ein bisschen drin bei Chelsea, das könnte ich mir gut vorstellen, aber das wäre, das wird nicht deren Punkt sein, die werden, die werden wieder auf irgendeine heiße Aktie setzen, die einfach nur das Produkt, äh, interessanter macht, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber damit wirst du ja langfristig wieder verlieren, also das ist ja einfach so, das ist ja das, das ist ja das Thema. Aber das wissen die nicht, das wissen die nicht, das ist das große Problem. Wir, äh, der Zerbi war, das wissen wir auch aus sehr guter Quelle, letztes Jahr schon auf der Liste, da haben sie dann aber ziemlich schnell gesagt, also jemand hat ihn auf die Liste geschrieben und es ist ziemlich schnell, äh, ziemlich schnell raus geworden, nee, den finden wir langweilig, den wollen wir nicht haben. Jetzt, glaube ich, mit einem Jahr mehr und mit, äh, diesem Wissen und dann natürlich auch mit ein paar Leuten, die jetzt rübergegangen sind von Brighton, könnte ich es mir schon vorstellen, dass die den wieder, dass die den auf der Liste haben werden wieder. Und vor allem muss ich auch sagen, so viele andere sind jetzt auch nicht auf dem Markt, bei denen man sagen könnte, also Conte ist verbrannt, den hatten sie schon, Mourinho ein drittes Mal, glaube ich nicht. Ähm, dann hast du, Hansi Flick wurde mal genannt, was wir wissen ist, ähm, der Satz, äh, deutsche Trainer sind sehr häufig auf der Liste gestanden und wurden immer durchgestrichen. Also sie wollen keine deutschen Trainer mehr haben nach Tuchel, das war mal so, das war mal so die erste Linie, also ich glaube, es würde mich, nochmal, bei Chelsea ist nichts unwahrscheinlich, ja, es kann, ich sage nur, was wir mal gehört haben, das heißt nicht, dass es unwahrscheinlich ist, heißt nicht, dass es nicht passieren kann, aber es, äh, wir haben diesen Satz mal gehört, so, der Satz ist mal gefallen. Äh, deswegen, ich bin mir sehr, ich tippe, dass die sie dann anrufen werden, einfach nur, weil das der Fit ist, also das ist der Name, die wollen den Namen haben, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die den anrufen werden, bin ich mir sehr sicher, ich bin mir sicher, dass sie, äh, De Serbi auf dem, Schabi, wenn er geht, kann sein, dass, dass sie den auch anrufen werden, das wären so Namen, äh, die ich mir vorstelle, ich kann mir De Serbi schon vorstellen, dass die den, dass die den probieren werden, der ist gerade raus, den kennen sie, der hat sie ein paar Mal geärgert, die Brighton Boys, die, in, 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 in der Verantwortung, da sind Sportdirektor und so, die kennen den auch, äh, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die das mal probieren werden, Italiener und, äh, und Chelsea hat auch schon Tradition, also, ich könnte mir das irgendwie vorstellen, dass die, die werden ihn auf jeden Fall mal auf dem Zettel haben und werden ihn anrufen, da bin ich mir ziemlich sicher, ob das Oberstland wird, das weiß ich nicht, ähm, aber, es, es, es könnte schon sein. Ich bin gespannt, also ich hätte jetzt aktuell gesagt, dass ich Bauchschmerzen gefühlt bei allen Trainern hätte, oh, jetzt wird dir natürlich, Thomas Frank ist auch ein Name, glaube ich, wo du sagst, den könntest du mit reinwerfen, McKenna habe ich gelesen, guter Punkt, Kieran McKenna habe ich gelesen, der mit Ipswich überragend aufgestiegen ist, der Name ist wohl auch auf der Liste aufgetaucht. Es ist auch, glaube ich, Sebastian Hoeneß auf der Liste drauf, ehrlicherweise. das, das ist ja, es wäre dann wieder ein Deutscher, ich weiß nicht, ob es sein, aber da hat sich bestimmt auch was geändert, brauchen wir auch nicht reden, kann sein, also Chelsea ist ja auch immer dafür da, eben solche Aktien zu kaufen, Leute, wo sie sehen, die könnten explodieren, sehen wir bei Spielern, sehen wir auch bei Trainern, es kann schon sein, eines, die jemanden holen, bei dem die sagen, den wollen wir holen, den entwickeln wir jetzt weiter. Deswegen ist Amorim mittlerweile, würde ich nicht mehr ausschließen, dass so einer auch angerufen wird. Es gibt schon so ein paar Punkte, wo man, ein paar Trainer, wo man sagen kann, es gibt, für mich gibt es zweimal Chelsea DNA, es gibt einmal diese arrivierten Trainer, Zidane, Tuchel, Xavi, kann ich mir immer vorstellen, dass so jemand, Pochettino ist ja auch so einer, die schon mal Champions League Finale waren, die groß waren, dass sie so jemanden anrufen, ich kann aber auch sehen, dass sie eben so Amorim, Thomas Frank, weiß ich jetzt nicht genau, ob ihn der nicht, auch wenn das Brentford-Jahr jetzt nicht gut genug war, ehrlich gesagt, ob die so jemanden anrufen, aber Dezerbi oder sowas, das kann ich mir schon gut vorstellen. Herr Hoeneß, glaube ich jetzt nicht. Edi Kersic, wenn sie Champions League holen. Wer für beide paar Seiten ist, nein, Spaß, Spaß, das ist ein Champions League Finaltrainer, um Gottes Willen, nur Spaß. Also es gibt da schon so ein paar Namen, die ich mir vorstellen könnte, Leg dich mal auf einen fest. Auf einen, wo du jetzt sagst, oder ihr, ihr, der Chat, könnt das auch gerne machen, einen Namen jetzt rein, wer wird neuer Chelsea-Trainer? So, ich sage meinen, ich sage jetzt irgendwie nach allem, auch wenn es nicht passen würde, und ich glaube, das wird nicht funktionieren, Roberto Dezerbi. Ich sage Dezerbi oder Zidane, einer von den beiden. Boah, Zidane würdest du echt glauben, dass Zidane... Dass ihn anrufen, dass er Contender wird. Ich glaube nicht, dass er das macht. Ich lese witzigerweise, häufig, also tatsächlich häufig, äh, Thomas Tuchel. Tim Walter, das wäre doch wieder dein Take. Das wäre gut, aber den, äh, habt ihr jetzt gesagt, und das musste ich dann heute nicht machen. Zidane macht nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen. Dezerbi wird, der Zidane, ich glaube auch, dass Zidane, weil Dr. Tech das gerade schreibt, ich glaube, dass der das nicht macht, manchmal Pulges, bester Name übrigens, äh, ich glaube nicht, dass Thomas Tuchel das macht, ich glaube das auch nicht, äh, nicht Thomas Tuchel, äh, dass Zidane das macht, weil, wenn der Bayern schon absagt, Zidane ist ein sehr, 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 sehr cleverer Typ, äh, äh, der sehr, sehr, sehr elitär denkt, der ganz genau weiß, nee, macht nichts außer Real, das würde ich nicht sagen, dass der wird irgendwann mal bei Juventus landen, oder wenn, äh, wenn, irgendwie habe ich auch Gefühl, Manchester United, wenn die wieder das alte Manchester United werden könnten, könnte ich mir das auch vorstellen, der hat so ein Statusdenken, so, nur das Beste, nicht böse gemeint, das ist sogar eher gut, ähm, könnte ich mir vorstellen, konnte, hatten wir ja schon, also konnte wird das nie, also glaube ich auch nicht, also never ever, dafür ist die Aktie auch zu krass gesunken, tatsächlich, von Antonio Conte. Dafür hat der viel zu viel rumgepöbelt da und so, das ist ja irre, also den, den tut sich keiner mehr an, und ich glaube, er tut sich auch nicht mehr an.